Ich bin Finn von EinfachBitcoin und heute möchte ich auf die Frage aller Fragen eingehen, und zwar, wie viele Bitcoin brauche ich? Wer anfängt sich mit Bitcoin zu beschäftigen, der sieht Bitcoin in der Regel erstmal als ein Investment, der sieht Bitcoin als eine Art Aktie, als eine Art Rohstoff oder so, also dem geht es eben erstmal darum, mit Bitcoin mehr Euro zu machen, mehr Dollar zu machen, was auch immer, mehr Fiat-Währungen zu machen, und deswegen fokussiert man sich eigentlich fast nur auf den Preis, auf den Bitcoin-Kurs, der sich halt immer wieder bewegt, und dann sagt man, boah krass, der Preis geht nach oben, der Preis geht nach unten, und dann, ja, das ist halt eigentlich alles ziemlich nichtssagend, es macht eigentlich gar keinen Sinn, Bitcoin in Euro oder Dollar zu bemessen, oder in eben in anderen Fiat-Währungen. Klar, der Bitcoin-Preis ist so ein ganz, ganz grober Indikator, wie weit Bitcoin bereits verbreitet ist. Der Zweck von Bitcoin mit seinem Limit auf 21 Millionen Coins ist eben, dass wir mit Bitcoin alles andere neu bepreisen können, das heißt, dass wir Bitcoin nicht in Euro betrachten sollten, sondern den Euro in Bitcoin betrachten sollten. Das ist das Ziel von Bitcoin, alles andere macht keinen Sinn, alles andere ist unlogisch, und darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Wenn wir es also korrekt betrachten, dann steigt nicht Bitcoin im Preis, sondern, ja, der Euro fällt, der Dollar fällt im Vergleich zu Bitcoin, und Bitcoin soll das beste Geld der Menschheit sein, das in Anführungszeichen perfekte Geld der Menschheit. Das können wir an weitestgehend objektiven Faktoren festmachen, dass Bitcoin besser als Gold, besser als Euro oder Dollar ist. Das heißt, rational gesehen würde es Sinn machen, dass Bitcoin irgendwann in einem unbestimmten Zeitraum von jedem Menschen auf der Welt genutzt wird. Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben wir immer Gelder gesucht, die möglichst knapp sind, die möglichst schwer ausgeweitet werden können, am besten gar nicht, und die leicht transportiert werden können, mit denen man gut bezahlen kann, und Gelder, die sich auch gut als Recheneinheit eignen, und Bitcoin macht das halt eben objektiv, kann man so sagen, am besten. Alles auf der Welt ist auf ewig ein Teil von 21 Millionen Bitcoin wert, und beim Euro zum Beispiel, beim Dollar wissen wir das nicht, wir wissen nicht, wie viel Euro im Umlauf ist, wie viel Dollar im Umlauf ist, da können wir den Leuten vertrauen, genauso bei Gold, genauso bei Muscheln, bei allen anderen Sachen außer Bitcoin wissen wir nicht, wie groß die maximale Menge ist, und wie viele Einheiten jetzt gerade im Umlauf sind. Mit Bitcoin haben wir absolute mathematische Knappheit entdeckt, und das Konzept dahinter lässt sich wohl am besten vergleichen mit der Zahl 0, also mit dem Konzept von nichts, also bevor es die Zahl 0 gab, da konnten wir halt große Zahlen nicht wirklich effektiv darstellen. Dieses Konzept von nichts und der Zahl 0, das ist ja erstmal für uns heutzutage total selbstverständlich, jeder nutzt das, weil es ist einfach effizienter, die Zahl 0 zu nutzen, aber damals war es eben ein abstraktes Konzept. Vielleicht kennt ihr auch den wirklich guten Artikel, die Zahl 0 und Bitcoin von Robert Breedlove, das ist wirklich einer der besten Artikel, die ich bisher gelesen habe. Der Artikel geht darauf ein, was Bitcoin und die Zahl 0 gemeinsam haben, und ja, auch Bitcoin ist halt eben ein komplett neuartiges Konzept, genauso wie die Zahl 0, und auf dieser Zahl 0, dem Konzept von nichts, konnten wir eben auch ganz neue Sachen aufbauen, also ohne die Zahl 0 hatten wir keine komplexen Zahlen, das heißt, diese komplette Technik, die wir heute haben, unsere jetzige Gesellschaft, die wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Zahl 0, wie ich bereits gesagt hatte, wir hatten noch nie absolute mathematische Knappheit, alles auf der Welt kann beliebig ausgeweitet werden, oder zumindest mit mehr Aufwand, mit mehr Fortschritt kann es ausgeweitet werden, und wir wissen die maximale Menge nicht, und bei Bitcoin können wir jetzt sagen, dass alles auf der Welt auf ewig ein Teil von 21 Millionen Bitcoin wert ist, und das kannst du nicht ändern, denn Bitcoin ist digitale Knappheit, das ist quasi eine Erfindung und auch gleichzeitig Entdeckung, du, kein Unternehmen oder auch kein Staat kann die Menge von 21 Millionen Bitcoin ändern, und das trifft auch genauso wenig auf die Schwerkraft zu, du kannst natürlich sagen, die Schwerkraft ist total doof, die stört mich, aber du kannst dagegen nichts ausrichten, genauso kannst du Bitcoin auch hassen, aber du kannst es einfach nicht ändern, du kannst die maximale Menge nicht verändern, weil Bitcoin eben genau wie die Zahl 0 ein neues Konzept ist, dieses Konzept ist quasi eher ein sozialer Konsens, die Zahl 0 ist eben eine Denkweise, eine neue Denkweise, und die kann man halt nicht wirklich verbessern oder so, die kann man auch nicht ersetzen, die ist einfach da und macht das Leben effizienter, genauso ist eben Bitcoin auch eine neue Denkweise, Bitcoin ist ein neues Konzept, was einfach das Leben besser macht, und was auch nicht verbessert werden kann, wie möchtest du die Zahl 0 mehr 0 machen, oder absolute Knappheit mehr absolut machen, und wenn wir uns Bitcoin genauer angucken, und auch in die Geschichte gucken, dann stellen wir fest, dass Bitcoin ziemlich sinnvoll ist, ziemlich hilfreich ist, und sehr wahrscheinlich sich irgendwann langfristig betrachtet auch weltweit etablieren wird, und wenn es um diesen Begriff absolute mathematische Knappheit geht, damit kann man erstmal wenig anfangen, genauso wenig wie Menschen damals mit der Zahl 0 was anfangen konnten, mit dem Nichts was anfangen konnten, das muss man auch erstmal ausgiebig erklären, und irgendwie sich darüber Gedanken machen, Bitcoin ist mathematische Knappheit, das heißt, ihr müsst mir nicht vertrauen, ihr könnt alles selbst nachprüfen, deswegen sagen Bitcoiner ja auch immer, don't trust, verify, also vertraue nicht, sondern verifiziere selbst, wer heutzutage 0 Bitcoin hält, der geht eben quasi davon aus, dass Bitcoin sich zu 0% durchsetzen wird, und das ist meiner Auffassung nach, nach weiß ich nicht wie vielen Tausenden von Stunden Recherche, einfach eine komplett absurde Behauptung, natürlich könnte Bitcoin rein theoretisch irgendwie scheitern, nichts ist zu 100% sicher, aber genauso wenig ist es zu 100% sicher, dass Bitcoin scheitern wird, ich würde eher sagen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass Bitcoin sich durchsetzen wird, hinter Bitcoin steckt ein unveränderlicher Maßstab für Preise, und das ist einfach logisch, so ein unveränderlicher Maßstab, der überall auf der Welt gleich ist, den jeder selbst nachbauen kann, das gibt es auch nicht nur bei Bitcoin, sondern eben auch bei Masse, bei der Temperatur, bei Energie, bei Distanz, wir alle auf der Welt haben uns geeinigt und auch festgeschrieben, wie wir Masse messen, wie wir Distanz messen, was auch immer, das kann jeder von euch nachprüfen, wenn ihr theoretisch das beste Know-how habt, und auch wirklich ein großes Team habt, an Menschen und genug Geld habt, dann könnt ihr dir selbst, ohne irgendein Vertrauen zu müssen, selbst eure Messinstrumente bauen, und auf die gleichen Messergebnisse kommen, wie irgendwer auf der anderen Seite der Welt, das ist eben quasi dieser wissenschaftliche Ansatz, hinter diesem ganzen Messsystem, Genauso kann auch jeder Mensch auf der Welt selbst nachprüfen, wie viele Bitcoin im Umlauf sind, und wie viele Bitcoin er selbst hält, da muss man niemandem vertrauen, wenn man es möchte, klar, da musst du halt wirklich dich, da musst du quasi die einzelnen Komponenten des Computers, der Note, deines Knotenpunkts, müsstest du selbst nachbauen, du müsstest auch den Code selbst schreiben und alles, aber es ist theoretisch alles möglich, du könntest trotzdem zu den gleichen Ergebnissen kommen, dich mit dem Netzwerk verbinden, Bitcoin ist also ein Maßstab für Werte, und entweder sagen die Menschen jetzt weltweit, im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte, oder wie lange auch immer, sagen die Menschen, hey, das ist ja voll hilfreich, jetzt kann ich Waren und Güter, Dienstleistungen viel besser bepreisen, weil ich immer weiß, es gibt keine schwankende Menge, es gibt keine Unsicherheiten in der Geldpolitik, alles ist auf ewig ein Teil von 21 Millionen Bitcoin wert, und daran kann ich mich orientieren, und deswegen werde ich Bitcoin adoptieren, um im Bitcoin meine Kaufkraft erhalten zu können, um im Bitcoin zu bezahlen, und um im Bitcoin, ja, Werte zu messen, Werte zu berechnen, oder die Menschen sagen, hey, es passiert eben nicht, das finde ich total doof, ich möchte weiterhin Zentralbankgeld nutzen, was beliebig ausgeweitet werden kann, wo ich immer Leuten vertrauen muss, das mir irgendwer den Zugang zu Geld ermöglicht überhaupt, ich möchte, dass andere Leute Geld drucken können, und damit meine Kaufkraft klauen können, Cantillon-Effekt, das könnte natürlich auch rein theoretisch sein, dass die Menschen wirklich bestohlen werden möchten, aber ich denke, das ist einfach nicht logisch, und dementsprechend gibt es langfristig betrachtet, bei Bitcoin nur 1 oder 0, entweder fällt Bitcoin auf 0, oder es wird eben adoptiert, und dann steigt es ein unendliche, weil Bitcoin alles neu bepreisen wird, wie J. Boyapati, der schreibt in seinem Buch im Auge des Bullen, dass Bitcoin die wohl beste, asymmetrische Wette ist, die es bisher gab, einfach weil Bitcoin halt noch wirklich so relevant und groß werden kann, oder es fällt eben auf 0, aber so ein Zwischending, das gibt es einfach langfristig betrachtet nicht, weil Geld funktioniert grundsätzlich nach dem Prinzip, Winner takes it all, das heißt langfristig wird sich nur ein Geld durchsetzen, und zwar das beste Geld, das Geld, was tun die Menschen sagen, daran kann ich meine Kaufkraft am besten erhalten, damit kann ich am besten bezahlen, und damit kann ich am besten rechnen, während Bitcoin weiter adoptiert wird, wird Bitcoin weiterhin die Kaufkraft aus allen anderen Assets absaugen, das heißt Bitcoin wird das Geld, das in Gold steckt, in anderen Wertspeichern wie Immobilien, in Aktien, ETFs, Gemälden zum Beispiel auch, oder Staatsanleihen und so weiter und so fort, Fiat-Währungen, diese ganze Kaufkraft, die jetzt noch in diesen schlechteren Geldern gehalten wird, die wird weiterhin abgesaugt werden und in Bitcoin fließen, wie gesagt, Winner takes it all, diese ganzen Güter wie Aktien oder Immobilien, die steigen ja nur im Wert, weil die Währung die ganze Zeit entwertet wird, weil das neu geschaffene Geld in diese knappen Güter fließt, weil alles andere knapper ist als unser Geld, weil alles andere schwerer ausgeweitet werden kann als unser Geld, und dementsprechend steigen diese ganzen Güter, besonders die sehr knacken Güter, steigen immer krasser im Preis, auch Bitcoin, oder es kann eben sein, dass Bitcoin scheitert, dass die Leute sagen, nein, ich möchte nicht einen Teil von 21 Millionen Bitcoin halten, sondern ich möchte lieber einen Teil von irgendwas Gold halten oder einen Teil von irgendwas Aktien halten oder einen Teil von irgendwas Immobilien halten, um zur Frage zurückzukommen, jetzt wo ich so viel mit dem heißen Brei geredet habe, wie viele Bitcoin braucht man wirklich, wir nehmen also an, entweder fällt Bitcoin auf Null oder es wird komplett Geld ersetzen, Wertspeicher setzen, Tauschmedium und Recheneinheit ersetzen, dann müssten wir rechnen, 21 Millionen Bitcoin, die jemals maximal existieren werden, geteilt durch 8 Milliarden Menschen auf der Welt, und dann kommen wir auf 0,002625 Bitcoin pro Person, das bedeutet, bei einer vollkommen gleichen Verteilung der Coins könnte jeder Mensch auf der Welt nur maximal 0,002625 Bitcoin besitzen und das sind umgerechnet heute so ganz grob 150 Euro, das heißt, wenn du heute Bitcoin im Wert von 150 Euro kaufst, dann hast du dich abgesichert, dass wenn Bitcoin sich wirklich durchsetzt, dann wirst du mindestens überdurchschnittlich viel Geld haben, aber fairerweise müssen wir sagen, dass diese Menge von 0,002625 Bitcoin, das ist sehr, sehr optimistisch oder pessimistisch, denn wir haben ja hier mit einer vollkommen gleichen Verteilung der Coins gerechnet und die existiert nun mal nicht, von den 21 Millionen Bitcoin sind bisher nur 19,6 Millionen Bitcoin ungefähr im Umlauf, die restlichen Coins werden ungefähr in einem Zeitraum von 120 Jahren noch erst hinzukommen und dann gibt es ja noch irgendwie um die, ich weiß nicht, 50 oder 60 Millionen Millionäre auf der Welt, dann haben wir noch Milliardäre, Staaten, Unternehmen und ETFs und was weiß ich was, die auch alle Bitcoin halten, das bedeutet natürlich, dass Bitcoin nicht gleich verteilt ist, kein Geld wird jemals gleich verteilt sein, weil einfach Menschen unterschiedlich sind, zusätzlich sind auch noch von den 21 Millionen Bitcoin bereits so um die 3,7 Millionen Bitcoin verloren gegangen, also die Zahl schwankt natürlich, keiner kann genau wissen, wann Coins wirklich verloren gegangen sind, aber man sagt immer so ganz grob 3 bis 4 Millionen vielleicht, Satoshi Nakamoto, der anonyme Erfinder von Bitcoin, der sich irgendwann aus dem Staub gemacht hat, sich nie an seinen Coins bereichert hat, der hält bis heute noch 1,1 Millionen Bitcoin, die auch niemals in den Umlauf kommen werden, das heißt zumindest diese verlorenen Coins und die Satoshi Coins, die müssen wir auch nochmal abziehen von der Gesamtmenge und dann würden wir, wenn wir auch noch die ungleiche Verteilung berücksichtigen, das ist natürlich sehr, sehr schwer zu tun, aber wir würden auf jeden Fall auf deutlich weniger als 0,00225 Bitcoin kommen, vielleicht auf 0,001 Bitcoin oder so, keine Ahnung, das kann wirklich keiner genau wissen, aber realistisch betrachtet würden also noch deutlich weniger als 150 Euro heute in Bitcoin ausreichen, natürlich, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, aber ich denke, das ist einfach eine, wir reden ja nicht von Summen, die jetzt irgendwie hier siebenstellig sind, sondern wir reden ja wirklich von kleinen Summen, das kann glaube ich jeder Mensch, der sich einigermaßen damit beschäftigt hat, der wird es irgendwie schon schaffen, weiß ich nicht, 100 Euro in Bitcoin anzusparen, auch wenn es über mehrere Monate ist, aber ich glaube, das kriegt man hin und dann weiß man immerhin, okay, ich habe mich abgesichert gegen totale Armut und zu einem Bitcoin-Standard, denn Bitcoin ist eben kein EQ-Test, Bitcoin ist ein Ego-Test, die allermeisten Menschen, auch mir inklusive, wenn wir das erste Mal von Bitcoin hören, dann sind die erstmal negativ gegenüber Bitcoin eingestellt, die denken, die wissen es besser, obwohl sie sich nie damit beschäftigt haben, die haben sich nie mit Bitcoin beschäftigt, nie mit Geldtheorie beschäftigt, mit was weiß ich was beschäftigt, aber wissen sofort, dass Bitcoin definitiv schlecht ist und scheitern wird, Bitcoin ist eben ein Ego-Test, weil du deine negative Meinung zu Bitcoin immer in den Haufen werfen musst, dich mit Bitcoin beschäftigen musst und während du das tust, wirst du feststellen, hey, das wusste ich nicht, das habe ich falsch gedacht und meine Meinung war einfach unfundiert und dann muss man seine Meinung ändern und das ist oft so ein Punkt, das schaffen einige Leute nicht, aber je länger du deine Meinung nicht änderst, desto weiter reitest du dich quasi in die Scheiße, desto mehr Kaufkraft verlierst du, weil Bitcoin eben entweder ins Unendliche steigt oder gegen Null fällt und deswegen kann ich immer nur sagen, beschäftige dich mit Bitcoin und hör auf, deine begrenzte Lebenszeit gegen eine Währung einzutauschen, die jemand anderes aus dem Nichts erschaffen kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt ihr immer gerne die Kommentare oder guckt euch auf meinem Kanal um, da ich bereits um die 190 Videos hochgeladen zu den verschiedensten Fragen und Themen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, den Video da auch noch umzugeben und das Video mit euren Freunden zu teilen. Das würde mir und meine Arbeit sehr stark helfen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.